Aber es steigt. Das, was da jetzt noch fehlt, das ist ja nicht allzu viel, ne? Ähm. Wie viel machen wir denn da immer? Ich weiß nicht, ich erzähle die Quadrate nicht, aber es sind ja schon immer ein paar hundert, wenn wir das hier so machen. So, das Obbahnhaus könnten wir. Was ist jetzt alles für ein Gebäude gebaut? Hm, 29 von 30 Dienstleistungsgebäuden. Da hat die U-Bahn also mit dazu gezählt, nehme ich an. Was für ein Dienstleistungsgebäude fehlt mir denn noch? Das Wasserkraftwerk, ist das ein Dienstleistungsgebäude? Eigentlich nicht, oder? Das haben wir alles. Die haben wir gebaut, die haben wir gebaut, die haben wir alle. Wir haben Busdepot, wir haben jetzt hier U-Bahn-Stationen. Das haben wir alles, das haben wir, das haben wir. Da gibt es keine Dienstleistungsgebäude. Das ist eigentlich alles erledigt hier. Das ist auch. Okay, haben wir gebaut, wir haben Kohle gebaut, wir haben Öl gebaut. Das Einzige, was wir noch nicht gebaut haben, ist ein Wasserkraftwerk. Da wüsste ich aber auch nicht, wo ich es hinbauen sollte. Wir sehen, dass wir überhaupt kein Wasser haben. Wasserstrukturen. Ach, hier können wir sogar Wege bauen. Und hier kann man auch Bäume pflanzen. Ja, das ist ja, ist ja, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Plasterweg und Kiesweg. Ach, das ist ja hübsch. Hier können wir Kieswege bauen. Oh, Meist ist buzig. Hier kann man Bäume ziehen, das ist ein guter Lärmschutz. Gerade hier so. Ach, du Schöne, da ist ich ja doof. Felsen. Was das auch gut sein mag. Kai. Hochwassermauer. Kanal. Panäle kann man hier bauen. Das ist ja witzig. Das Krematorium brennt. Ich war gespannt, ob da jetzt eine Feuerwehr kommt, oder? Ich bin ja, von wo aus sie kommt. Ich bin ja, von wo aus sie kommt. Aber jetzt kommt die von hinten aus, oder? Na, von hier kommt aber auch irgendwie keiner. Aus der Stadt kommt die auch nicht raus, weil die nicht fähig sind, hier, äh, verkehrstechnisch sinnvoll zu arbeiten. Ich fürchte das Krematorium wird niemand retten. Sehr ärgerlich, das. Wirklich, zugegeben, sehr ärgerlich. Ich bin ja nicht so gut, dass das jetzt so ist. So. So. Jetzt fahren sie los. Aber wahrscheinlich zu spät. Na, oder schafft das noch? Ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es ist spannend, meine Damen und Herren. Was wird passieren? Wird irgendwas passieren? Wird er es löschen können? Die Flammen werden weniger? Ja, ja, ja. Schafft er es? Er hat es geschafft. Er ist mein Held. Oh, es wird so ein bisschen schwarz jetzt. Richtig ein bisschen schwarz. Ah, das wird aber langsam wieder besser hier. Na, also ganz langsam wird es wieder besser. Ja, das ist ja gut. Aber das ist ja... Aber die Situation ja gerettet. So. Ich würde ganz gerne eins der ersten bedeutenden Gebäude bauen. Hier nehme ich zum Beispiel Colossal Order. Ich würde gerne das Opernhaus bauen. Sich gestehen. Das kostet aber 105.000. Ja, da warte ich aber lieber die 30.000 noch ab und baue mein Opernhaus. Das ist mir jetzt irgendwie... Das hat Bedeutung. Ganz sicher hat das Bedeutung. Das hätte ich nämlich gerne hier nebendran gesetzt. Nee, du sagst mir, das geht nicht. Gefälle zu steil. Ach jo, ach jo, nur weil es hier... Meine Herren. Ach jo, niemand... Ach, ja. Scheier Papa. Wah- XD Das gibt's ja gar nicht. So wie sieht's jetzt aus? Ja, da ist sie auch immer noch. Aber das wird auch mit der Straße wahrscheinlich nicht hinhauen. Ich will das Opernhaus aber jetzt trotzdem neben dem Theater haben. Man muss halt nur leider erst nochmal eine Straße querziehen. So, und dann würde man das Opernhaus stattdessen einfach an diese Straße stellen. Und dann würde das schon gehen. Sobald wir die 135.000 zusammen haben, was jetzt der Fall ist, wir haben ein Opernhaus. Und damit können wir den Weltraumlift bauen, sobald wir ihn uns... Ach du Scheiße, sind die teuer. Das hab ich ja ganz vergessen. Was die so viel kosten? Ist das günstiger hier? Was kostet hier das... Das Dings... Das Kortisonenhaus... Der war das Kolossalorder. 70.000. Sobald wir das mal wieder sparen. Aber wir haben... Ein Theater und ein Opernhaus nebendran. Das ist doch schön. So... Wir nähern uns langsam so den letzten Zielen, die wir uns hier noch gesetzt haben. Dieser Berg hier ist halt auch einfach viel zu steil, um den irgendwie sinnvoll zu bebauen. Wir sind mit linken. Die Kaltesichkynchen, die echt noch besser wurde. Aber auch immer der Leistung. Aber ich kriege es nicht gerne. Hmmmm Hmmmm Ja, jetzt mal gucken Gott, schau mal So, Da haben wir hier so ein bisschen Platz, dass wir so ein bisschen am Hang lang kommen. Da... hier werden wir jetzt voll in den berg gehauen aber wir kommen hoch hier oben auf dem berg können wir uns jetzt einfach noch mal so ein bisschen sondersiedlung weil der seite richtung falls irgendwas aber die ecke auch noch so ein bisschen eingenommen sollen wir am ende keiner sagen wir würden unser potenzial hier nicht ausschöpfen nein das machen wir schon so weit geht aber es ist jetzt tatsächlich so ihr merkt ja jetzt selbst so dieser anfängliche schwung ist einfach zu ende wenn wir hier mal hatten mittlerweile es ist nicht mehr so leicht hier und ja ich glaube jetzt langsam kann man hier wirklich mal zu einem ende kommen so lp technisch da brückchen zwischengekloppt ach wie süß einfach ja weil wir jetzt hier eh nur noch mit kleinigkeiten vor uns hin krebsen und so und natürlich ja könnte man noch ein bisschen ein bisschen geld sparen jetzt das ist jetzt im moment sehr knapp einfach nur um diverse große teure gebäude sich noch zu gönnen wie wir gesagt hatten was es da noch so gibt aber da muss man ja wirklich lange geld sparen wenn die 200.000 haben wir ja mal locker gehabt einst und jetzt auf gleich ich weiß nicht ob wir dieses niveau wieder erreichen werden dass wir so megaeinnahmen machen dann wäre das ja alles möglich ansonsten bei den einnahmen die wir jetzt im moment haben da würden wir uns echt dumm und düsselig sparen müssen da oben natürlich kein strom das ist klar da haben sie so ein bisschen hier oben noch auf den berg gehauen das baut auch gnadenlos hier den hang hoch das ist aber jetzt nicht so schön das verschandelt die landschaft was ich jetzt mach so mach ich das mal die anderen haben ja schon alle irgendwie connection vielleicht bauen sie jetzt hier oben ein bisschen mal sehen können sie auf jeden fall machen wenn sie lustig sind macht doch was er wollt macht er doch sowieso so wir bauen keine Atomkraft niemals tja mein Gebäude ist abgebäunt ja das passiert mir ständig was machen wir nun ich würde sagen ich mache an dieser stelle noch mal einen Break wir speicheln das mal zusammen da sieht man hier Kiki Kaki heißen alle Kiki Kaki oh das sieht mir gar nicht an hier schade so nach jeder Aufnahme gab es einen neuen Speicherstand so und vielleicht werde ich jetzt wirklich einfach mal ein bisschen Geld sparen und dann schalte ich mich vielleicht noch mal kurz wieder ein wenn es soweit ist bis dahin soll ich jetzt noch mal ein Dankeschön und ein tschüssi 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 tschüssi